... ... ... ... ... ... Ja, Mann! Genau so, Bruder! Gebt den! Los! 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 Gebt den! Gebt den! Ja, genau so! Komm da raus! Ich möchte Sie höfst bitten, weder Videos noch Fotos zu machen. Von dem Herrn Franke. Er persönlich? Ja. Weil er hatte vorhin angekündigt, dass der Verband das gesagt hat. Er hat mich gerade gebeten, dass ich Ihnen das sage. Ich weiß nicht, vor wem er es hat. Er kann natürlich jetzt nicht auf dem Ring aufstehen. Ja, nee, das ist logisch. Aber ich habe ihn Erich Drehke gefragt. Der NRWV und der Nordrhein-Westfalen-Verband hat keinen Ausspruch gemacht, dass hier ich persönlich ich persönlich nicht filmen darf oder fotografieren darf. Das sollte schriftlich erfolgen. Was ja auch der Boxring Hilden gemacht hat mit dem Hallenverbot. Es wundert mich. Ich meine, ich werde das einstellen. Und es wundert mich, dass das so inoffiziell gemacht wird. Dazu kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das kommt aber alles bei YouTube mit rein. Und dann lassen Sie sich. Und noch mal eine andere Frage. Ich filme nicht in meinem Namen, sondern im Namen... Das ist egal. Das ist eine solche Sache gewesen. Ich habe den Trainer von Boxring Essen gefragt, ob ich seinen Mann für ihn filmen soll. Hat er ja gesagt. Vorredessen, ich filme für den Boxring Essen. Ist da auch ein Verbot erteilt worden? Das kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das ist ja das Interessante dabei. Aber der Kampf ist sowieso... Das ist ja das.